Wir müssen vielleicht ein bisschen nachholen. Also jetzt hat man gesehen, dass er diesen Teckel gescannt hat und eigentlich wäre in dieser Kasse reingefahren und wieder raus. Der Einfalt ist halt einfach den Weg. Ich glaube, er hat einen schönen Tag. Ich glaube, er hat einen schönen Tag. Ich glaube, er hat es auch schon so geschafft. Wer einen Proposan zu machen hat, der weiß, dass man da ab und zu so etwas machen muss. Wunderbar. Ich glaube, er hat einen schönen Tag.